Was ist das denn? Mein Name ist Simon. Und ich suche dich. Ich suche genau dich. Ich sollte vielleicht ein wenig über mich erzählen. Wenn du mit mir zusammen bist, brauchst du dir keine Sorgen. Ich bin prostituiert. Ich kann für uns beide sorgen. Ich kann uns das Beste vom Besten leisten. Also, wenn du dich kennenlernen willst, hier ist die Nummer. Ruf an. Simon. Ruf an. 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 Ruf an.